Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um zwei smarte LED-Glühbieren im Bereich der Energieeffizienz-Klasse A+. Diese Energiespar-Glühbieren kosten normalerweise 17 Euro im Doppelpack. Ihr bekommt sie jetzt 10% günstiger. Wenn ihr diesen Deal wahrnehmen wollt, dann müsst ihr nur auf den Link unter diesem Video in der Infobox klicken, unter dem Produktpreis die 10% anhaken und schon habt ihr zwei richtig gute Glühbieren am Start. Und was sie können, das schauen wir uns jetzt zusammen einmal an. Ihr habt mich explizit darum gebeten, auch smarte Geräte in nächster Zeit vorzustellen, insbesondere Leuchtmittel, Steckdosen etc., die im Energieeffizienzwert A+. Und genau das ist natürlich ein entscheidender Faktor, denn viele dieser Geräte liefern einfach eine sehr gute Leistung, haben aber die Energieeffizienz-Klassen H und G. Und ich kann das absolut nachvollziehen, derzeit bei den hohen Stromkosten, dass man hier natürlich explizit drauf achtet. Deswegen werde ich mir auch in nächster Zeit immer häufiger dieses Thema zu Herzen nehmen und euch dementsprechend Smart Home-Geräte präsentieren, die absolut für euch Sinn machen, weil sie einfach unglaublich viel Energie sparen können. Die zwei Glühbieren heute kommen, wie gesagt, von der Marke Antella. Kennen wir die Marke, ist eine sehr zuverlässige auf dem Smart Home-Markt. Normalerweise sind Antella-Geräte früher nur mit der Tuya Smart App zu bedienen gewesen. Mittlerweile ist auch die Smart Live App kompatibel, was ich persönlich sehr begrüße. Hier habt ihr einfach diese wunderschöne Multi-App-Plattform, wo ihr einfach alle Smart Home-Geräte auf einmal einbinden könnt von günstigen Drittanbietern. Die zwei Glühbären an sich sind sehr, sehr gut verarbeitet und lassen sich dementsprechend sehr einfach über den E27 Standard bedingend einmal in die Fassung eindrehen und dementsprechend könnt ihr sie dann auch sehr schnell einrichten. Ich mache es gerne über die Smart Live App, ist aber mit der Tuya Smart genauso simpel. Habt ihr die einmal eingerichtet, könnt ihr sie direkt schon in der App konfigurieren und könnt sie hier dementsprechend einmal komplett kalibrieren. Ihr könnt anhand des Farbkreises einstellen, welche Farbe hier gezeigt werden soll und da habt ihr wirklich die riesengroße Bandbreite. Natürlich auch hier dementsprechend warmweiß und kaltweiß mit 2700 Kelvin oder 6500 Kelvin sind kein Problem. Also auch hier für die traditionellen Lichtschämen absolut zu gebrauchen. Insgesamt zwei Glühbären, die es richtig in sich haben und die vor allen Dingen für diesen Preis fast schon unschlagbar sind mit dieser Energieeffizienzklasse. Deswegen nutzt es aus. Link ist wie gesagt für euch unter diesem Video in der Infobox. Wenn ihr Fragen habt, gerne einfach alles in die Kommentare schreiben und natürlich gerne auch beim nächsten Video wieder mit dabei sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf YouTube ein Abo dalasst. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. Tschüss.